Was passiert am Dienstag, den 19. Dezember bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? Achtung! Es folgen Spoiler! Gute Zeiten, Schlechte Zeiten? GZSZ, Moritz ermutigt Jonas Alten Schwarm Flo, sich mit ihm zu treffen. Tatsächlich meldet sich Flo und Moritz bringt Jonas dazu, einem Treffen zuzusagen. Yvonne freut es, als Lukas und Laura sich miteinander anfreunden. Sie nimmt es Lukas nicht übel, dass er erst im Morgengrauen nach Hause kommt und lässt ihn ausschlafen. Doch nicht nur Erik erwartet Lukas in der Mauerwerk-Küche. Sternchen! Wie alt sind Lilly, Tobias und Co. eigentlich? Ob sich die GZSZ-Stars mit ihren Serienfiguren wirklich auskennen, erfahrt ihr im Video. Ich bin soうわけ, dass er ein Riss angekündigt hat. Aber die ZierBA-Küche. Es ist ein Riss-Stars, ein Riss-Z in der Mauerwerk-Küche,